Hier auf der 13. Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation ist eines der Themen auch die Fortsetzung der Verhandlungen um ein Fischereiabkommen. Ein Teil davon wurde schon in Genf verabschiedet. Da ging es darum, dass Subventionen nicht zur illegalen Fischerei führen für die Fangflotten und auch nicht in Fischgründen gefischt wird, die sowieso schon überfischt wird. Jetzt geht es einen Schritt weiter. Es soll ein Artikel noch eingefügt werden und wird weiter verhandelt, der auch Überkapazitäten, also die Tatsache, dass es viel zu viele Fangschiffe gibt und immer noch subventioniert wird, reduziert wird, also die Fangflotten, dass eben diese nicht zur Überfischung führen und vor allem, welche Länder sich daran halten müssen, ihre Subvention abzubauen oder gar zu reduzieren. Leider wird fast das Gegenteil daraus in den momentanen Verhandlungen, weil sich die großen Fangnationen gegenseitig zusichern, wenn sie nachweisen können, dass das, was sie tun, nämlich das Fischen, nachhaltig wäre über ihre wissenschaftlichen Agenturen oder Universitäten. Dann dürfen sie weiter Subventionen zahlen. Bei Entwicklungsländern ist das viel schwerer, weil sie einfach nicht die wissenschaftliche Kapazität haben. Sie werden es viel schwerer haben, nachzuweisen und deswegen haben viele kleinen Fischer einfach Angst, dass die Unterstützung ihrer Staaten für Treibstoff, für Netze, für Kühlung nicht mehr subventioniert werden darf. Deswegen gehen sie auch auf die Barrikaden. Hier waren viele indische Fischer und wollen sich das nicht gefallen lassen, dass ein internationales Abkommen, die Unterstützung ihrer Staaten für Fisch, der wirklich wichtig ist, auch für die Ernährung der Bevölkerung, nicht mehr unterstützt wird.